Oh, das sieht ja gefährlich aus. Ich hab Angst. Juno, hast du auch Angst? Keiner Mann. Also willkommen zurück. In der weiteren Folge, Warhammer. Wommelt halt. Mit Betsy. Und dem Zocki. Das kann man sehen. Oh, oh. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ich krieg da nicht genug Geld dafür. Ich war aber jetzt laut. Müssen wir da ganz hoch? Ja, ich hoffe... Oh, ich hatte aber schon gut aus. Da muss man schon sagen. Ja, das stimmt. Ich hoffe, da kommt echt so ein fetter Gegner. Das wäre echt geil. Ja, so ein richtiger Endboss. Das wäre richtig cool. Aber hier sind draußen noch gar keine Gegner. Das heißt, es geht drinnen erst ab. So die Atmosphäre und so finde ich auch schon richtig prickelnd. Basta? Wenn jetzt noch so ein richtig fetter Boy kommt. Geilste. Warum guckt mich der Zwerg die ganze Zeit so an? Keine Ahnung. Habt ihr euch vielleicht besser kennengelernt, ihr zwei? Will er ja mal einen Zipfel herumzipfeln, oder was? Kann man dann zipfel, zipfeln, oder? Ja, aber schau mal, der kommt sogar am Stehen an den Zipfel ran, siehst du? Also... Ein guter Typ. Also, ein guter... Eine gute Nudel. So. Oh, wir müssen sogar klopfen an der Tür. Oh, da kommt doch bestimmt ein fetter Gegner jetzt. Ja, gut, die Tür öffelt sich aber nicht ganz. Jetzt muss ich dagegen... Oh, oh, fuck! Alter! Ah, ist gut. Ist zwar ein bisschen schlecht für die Knie, aber es geht schon. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Ich wollte schon sagen, oder? Oh, jetzt geht's los. Oh, okay, jetzt kommt er. Boah, der ist ein großer. No, 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 kein großer. Oh, hat ihn. Irgendwie kill ich gerade Kant. Ich stehe falsch. Wo sind jetzt die Leute? Äh... Warte um. Ich will auch töten. Ich habe nichts töten, Tüfe hier. Ich schon. Also bei mir ging es gut ab. Blö. Keine Ahnung. Ein oder zwei habe ich gekillt, dann war es das. Okay. Ja, du musst dich noch an die neue Waffe gewöhnen, ne? Ja, die ist zu schwer für mich, mein Bizeps und so. Schon lange kein Training mehr gehabt hier. Gut. Echtige Ratten! Juhu! Oh, der ist im Alltag. Vorher mal nichts. Jetzt lassen wir mal was übrig hier. Wenn du so weit hinten bist. Oh, da ist was. Oh, da kommt wieder so eine komische Klapperratte. Oh ja, die sind gefährlich. Da müssen wir zusammenbleiben. Wo kommt denn die? Weiß nicht, klingt hier so? Gibt es hier irgendwo einen Weg hier? Nein, nein, nichts mehr. Das kommt von da, ne? Ah, warte mal. Ah, warte. Er kommt, er kommt, er kommt. Er hat schon im. Oh, das war schon. Ah, ich... We trouble uns no more. Ich glaube, ich habe einen Geheimgang gefunden. Ein Geheimnis? Ein Geheimgang. Hier unter dem Sarkophag. Oh, Leute, kommt's. Ich habe den Geheimgang gefunden. Oh. Vielleicht habe ich uns auch in die Falle geführt. Oh, Arschloch. Ja, der Bensi war's. Ich habe nix gefunden. Oh, hier ist ganz viel Zeug. Ja, lass mal was liegen hier. Wo kommen die denn? Das war kein Geheimgang. Wir gehen ja wieder hoch. Ich dachte, das wäre eine gewesen. Oh, die ganzen Schädel hier. Oh, wir sind jetzt oberhalb. Schau mal, die Ratten rennen da unten rum. Nö, das gibt's auf dem Maul hier. Da schießt einer. Oh, oh. Der Dippertnöfergangste Gatlin. Erledigt der eigentlich auch seine eigenen Leute, wenn die da anlaufen? Ja, ich glaube, so realistisch ist das Spiel jetzt nicht. Ich meine, das ist schon verdammt realistisch mit diesen Ratten hier, weil das sind eine Plage. Ja, mit den Rattenmenschen vor allen Dingen. Die kennt man. Die sind eine verdammte Plage und sind überall, aber... Das war das Schwer, das ist echt langsam. Aber egal, Alter. Oh, der ist auf mich abgesehen. Besser ist es auf mich. Ja, genau. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen kann. Oh, da wie ich sie zerstücke die Fliege. Hab ich erwischt? Alter, ich bin ganz schön in der Ecke. Ich muss zu euch. Komm, ihr alle zu mir. Ich war gerade echt ein bisschen gearstet hier mit dem Schwert. Alter. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Okay. Da mache ich ehrlich gesagt ein bisschen weniger Damage, aber hau viel schneller zu. Also, bei mir geht's eigentlich. Ah, ich weiß nicht. Ich bin halt das andere gewohnt, ne? Da war ich ein bisschen schnell unterwegs. Ah, hoppala, das ist ja der Elf. Guck mal links, hat er gesagt. Hast du gehört? Ja. Guck mal links. Links ist nix. Ah, komm ich nur mit dem Schild. Schild-Duell. Oh, das ging immer schnell. Guck mal links. Ich glaube mal links, von da kommt gerade mal ein Streitkolben. Was, was? Oh. Giftiger. Hab ja lediglich. Easy überhaupt kein Problem hier. Na eben. Na eben. Bisher alles ganz easy. The others think you miss your eye, but they're wrong. Ist das hier hoch, oder? Ja, ich nehme an. Okay. Oh, da ist schon wieder so eine Klappe-Schlange. Oh, das ist Blutbad. Oh, rein da. Oh, ich hau mich wirklich ran. Oh, geil, Alter. Das Grip nicht so schön. Wie das Blutbad damals im Play 2, ne? Das, oh. Oh, ist eher hier schon wieder der Klappertyp. Da ist er, da ist er, da kommt er. Oh, komm, Ratten im Blutbad-Tüten. Komm, wir füllen das Becken. Mit schwarzem Rattenblut. Au. Au. Lass sie kommen, lass sie kommen. Das schwarze Rattenblut. Lecker. Oh, wir schubsen die Lade weg jetzt. Au. Au, fuck. Das sah gerade aus, als wärst du auf mich losgegangen. Ja, ich verwechsel dich oft mit einer Ratte. Das liegt an deinem langen Arschschwanz. Oh, fuck, der hat mich nache. Arschschwanz. Okay, der ist doof. Nein, ich klemm ihn nur immer ein, weil er so lang ist, wie sieht das so aus. Ach so, nach hinten geklappt, oder was? Klappe ich über zwischen den Arschbacken ein, ne? Ja, weil du auf so was stehen willst, wenn du das dazwischen stecken hast, ne? Okay, der Dreckschleuder. Ich weiß auch nicht, ne? Keiner Scheiße. Was war's das jetzt? Bin ich wieder zurück zurück. Kleiner Scheiße. Komm aber noch sehr gut durch, finde ich. Mhm. Was hast du eigentlich die ganze Zeit den Zwerg? Und er ist ein Schatz. Oh, da kommt eine ganze Armee, die hat mich entdeckt. Oh, oh. Komm runter. Ich bring's runter. Irgendwo ist ein Assassin. Ja, der wird wahrscheinlich auch runterkommen zu uns. Oh, oh, ich wollte das Klapperding. Ich auch. Oh, das ist hier unten. Es kommt runter. Er ist tot. Oh, das ging schnell. Achtung! Oh. Alter, das war der Assassin. Oh, der kann zimsen halt auf ihmsen, Alter. Alter, blieb der noch? Ich glaube schon, der ist ein Zauberer. Ich hole meine Waffen raus. Kann man die... Ist da eigentlich... Nee. Ich glaube, die ist nur Dekoration hier. Na toll. Wir sind nicht wegen dem Schatz hier. Ich bin ja wegen Deko da runtergesprungen. Ich schon, weil wir verdienen so wenig. Hast du da vorhin gesagt? Nur wegen den Schätzen hier. Ich weiß nicht, was ist das Drang der Geschwindigkeit? Oh, der gibt mir Speed. Du stehst auf Speed, ne? Ich bin eigentlich generell oft auf Speed. Wo müssen wir eigentlich lang? Merkt man das nicht in dem Video? Ja, doch. Oh, das sieht gut aus. Begegnter sind jetzt meistens lang. Geschnetzel. Nee, Geschnetzel war das erste Video. Das ist jetzt das taktische Vorankommen. Hier ist es mit Ruhe. Leer ist. Wow, geil, Alter. Es gibt hier keine Schwätze. Was glaubst du, Ratten haben ein Vermögen? Ich glaub nicht. Die haben sicher noch nicht mal ne Bankkarte hier so. Ich glaub, da gab's auch noch keine Bankkarten, Socki. What? Ja, irgendwo muss ja das Gold hin. Kannst ja nicht alles im Sackerl haben. Ja, da hat man ne Schatzkammer gehabt. Ja, das ist die Bank. Das nennt sich heutzutage Gaming Room, weißt du? Geil, oder? Nicht den Schalter betätigen. Betätige nicht, das ist ne Falle. Ja, aber wo sollen wir dann lagen? Wir werden zerquetscht. Gar nicht, wir haben das Endlevel erreicht. Okay. Da ist der Schatz. Oh. Wir haben den Schatz gebunden. Mach wieder zu. Nee, wir gehen einfach hier da rein. Oh, oh, keine gute Idee. Ja, ich bin Zocki, der allmächtige Zerschnitzler. Boki, der Zerstörer. Zocki, der. Ja, keine Ahnung, der Typ, der war viel Blödsinn redet. Ah, Ratte. Die Tür ist geschlossen, die Komponiatur. Du bist, du bist. Du bist, du bist. Du bist, ich dachte schon, wenn die Tür ist kaputt. Warte mal, haben wir was vergessen. Oh, das liegen sogar Türsachen durch die Gegend. Ich hab ne Granate. Also wenn es ein Kikker kommt. Gibt's ne Erste Hilfe Kasten, wenn ihr mal braucht. Und nochmal Schatz. Äh, Schätze. Schatz. Schatz. Oh, Gift-Boy. Der Typ hat gepupst, aber sein Pups hängt da oben in der Luft herum. Ja, manchmal ziehen die nach oben. So mit Auftrieb zu tun, können wir hier runter, natürlich, oder? Ja. Oh, da hinten steht ein großer. Mach mal weg, ich hab eh ne Granate. Warte mal, ich werf ne Granate. Burn, motherfucker, burn! Er ist tot, easy, aber überhaupt kein Problem. Perfekt. Taktisches voran, hier, Ding. Oh, ich hör was. Ja, das ist, hoffentlich finden wir jetzt das viel, was dauernd mit uns spricht. Oh, wir müssen da hinten ne... eine Tonne stellen mit Cheese-Pulver. Hm, wo waren das? Hier war, hier ist ein Pulver-Fass. Achtung, Assassine. Wow. Hab's ihn? Ja, sehr gut. Er erledigt. Das war bestimmt der von Feuer. Kann ich mir gut auch vorstellen, ne? Also, ich kann mir so einiges vorstellen. Das weiß ich schon. Oh, da brennt er schon. Das war jetzt aber ne kleine Explosion. Naja, für ne kleine Tür. Hör auf mit uns zu flüstern, wir finden dich doch gleich. Such den Hexer. Oh, wenn das jetzt aber keine gute Rate ist. Oh! Reiser! Oh! Hat der sich gebiegt? Ja. Der hat ein bisschen Bumble für uns. Äh, hinten geht's hoch, ne? Wer läuft wieder runter? Ja, ja. Ich will nur gucken, was es da zu holen gibt. Oh, okay. Ah, siehst du? Das hätten wir übersehen sonst. Oh, was ist das für ein Buch? Weiß ich nicht. Da musst du aber alle mitnehmen und darf keine Leben dabei haben. Scheiße, das ist aber nicht gut für dich. Deswegen habe ich das in den letzten Runden auch nicht mitgenommen, das Buch. Ja, ich brauche Leben, aber ganz ehrlich, das besser ist es in dem Leben. Ja. Oh, ein großer. Oh ja, der ist aber wirklich groß. Kennt ihr nicht? Ist das der Endgegner? Nee, glaub's nicht, oder? Ja, aber auch nicht, der ist zu schlecht, der Endgegner. Ist einfach nur ein Gallentroll und nicht der Hexer. Oh, der haut aber gut zu, wenn er will. Ja, ist schon eine gute Nudel, aber machen wir one leg damage, das geht. Jetzt will er abhauen, auch noch. Habst du da? Ja, der ist dort. Da war doch irgendwas mit Beute, oder nicht? Ja, du hast da oben, stand da. Ah, ja, ja, echt? Einfach drüberlaufen, war das, oder? Okay. Achtung! Ah, da ist er. Gut, gut, gut gemacht. Ja, easy. Easy. Okay, warte mal, also hier hoch, ja. Ich war fast auch wieder runtergesprungen. Kann man eigentlich schneller rennen, ne? Ich glaub nicht. Nicht wirklich, glaub ich. Mit Schiff geht's glaub ich nicht. Na. Oh! Ha! Ich hab mir schon gedacht, was ist denn das für'n Geräusch? Oh Gott, die sind so Nubi. Was auch für den Hexer, nämlich dann mein, ist wie die Gonzales-Drank. Okay. Frage ist nur, wann er kommt. Oh, ich hab'n Schatz gefunden, da ist ein Heiltrank drin. Braucht keiner. Lauf einfach nur die hinterher, gell? Ich wollt grad sagen, bitte folgst, bin ich, ich hab' keine Ahnung, wo's lang geht. Aber hier können wir's sicher mal aufstocken, hier, Beute und so. Ah, da braucht man einen Schlüssel. Hab'n Schlüssel? Nee, ich nicht. Oh! Ja, die Flammengiftwerfer, ich weiß auch nicht, Alter. Oh! Ich kann nicht zu ihm. Oh, ich komm mal wieder zu euch. Ich steck' hier fest, der hat mich voll in der Falle. Komma! Wow. Oh, jetzt brauch' ich aber den Heiltrank. Immer wenn der mich ansprayt, drückt er mich retour und ich bin in der Wandfängers-Tank an Kuchen. Was isst du? Töte den, ich brauch'n Heiltrank. Wo war'n der Schatz? Ja, der Schatz war hier vorne ums Eckzocki. Hier, da ist der Heiltrank, ist aber weg. Wurscht, ich find' schon noch einer. Warte, hier war doch noch einer. Warte mal, hier war irgendwo noch einer. Ah, ich hab' schon was. Ah, hier geht's lang, oder? Ah, hier ist der Weg. Oh, oh, der ist der Schaubertyp wieder. Ich glaub' ich hab' ihn. Dank der Konzentration. Ich komm' ja. Da schreit der ganze Zeit irgendwer. Ja, dann lass' ihn schreien. Vielleicht hat er Schmerzen. He, seine Rosette brennt. Kann ich nicht stehen! Das waren die Zarten früher. Der Hexer redet mit mir. Okay, dann bist du sein nächstes Opfer. Ja. Aber erst, wenn's Licht flackert. Hehehe. Hehehe. Oh, da kommt wieder ein paar irgendwo. Hehehe. 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 Oh, alle. Ach, der Schaubertyp. Oh, alle. Ach der Siele. Ja, wir sind alle hier. Kein Stress. ja schön wie ich köpfe aber in diesen typen dabei war ich brauche mal schild oder die schluter ja er ist gleich er hat mir voll mitgeben vorgarten jetzt kommt das blocken ok jetzt ging schon ein bisschen mehr ab war schon böse ist alles daran dass ich immer nach oben diese ich habe lampen leute los spielt sich da war zu schnell er ist auch bei mir oben ich hoffe der weg ist überhaupt richtig na von da sind wir gekommen oder nicht sicher nach rechts ich weiß ja ja aber da liegt irgendwas schnappel ich hab ne bombe sehr gut brauchen wir bestimmt für nexer ja ja ich werde ich bin dran kommt die nicht mal für nexer ohr kam für ein treppenhaus die enge treppe aber macht es leichter der enge weg hier wir brauchen einfach nur schnell zu gewaltig großartig machen nur drücken da ist der hexer ist das der hexer? er ist tot nein ich glaub gar nicht ich glaub das ist auch ein Special Boy einfach nur glaub ich nämlich auch wär zu easy irgendwie der müsste doch die Urlebensanzeige haben hey was genau ja oder erscheint immer nur ab und zu um uns weißt du Achtung das Ding Assasine Boah er hat mich Habi Cool dankeschön Dann ist aber gut geflogen Ja ja hätte ich mir nicht gedacht warum war grad dabei die Waffe rauszuholen BLEEEE Überall ge also Halt dein Maul Das Verlacht ist mir Archiv Leben Zocki Ja ich hab ein Verbandding mit aber mir wär eh lieber ähm die Flasche Ich häng halt an der Flasche was soll ich machen jetzt Zocki ist ein Flaschenkind Uh drank der Stärke das wär aber auch nicht schlecht denke ich Kommt auf einmal der Zwerg durch die Wand Ich hab die Kerzen ausgeschlagen also ich bin die Urhälfte hier blockt alter BAMSER Das geht jetzt nicht Geht auch nicht Oh da kommen wieder ein paar Schreihilfe Oh 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 ja hör ein Der ist doch dahinter irgendwo oder Ich hab jetzt auch gesagt dass der von daher Kommt da ja Und dann nachher wieder richtig groß und spielt mit seinem Zauberstab vor uns herum Das will ich nicht sehen Wir machen ein Video für Youtube und dann laden wir's hoch und Dann haben wir ein Problem Legst du die Tür auf? Nein Nee Aber dahinter schreit jemand fürchterlich vor Schmerzen Ich will ihn raus holen Komm raus Wir kommen und retten dich Ah hier wir können da außen rum gehen Jetzt noch ein geheimer Raum Ja voll geheim Der war jetzt aber voll geheimer Nein gut dass du mich dabei hast gell Hä was ist das Ach das war die zue Tür da oben aus dem Schatz Zocki Ja Bin grad dabei den zu nehmen Da schreibt doch keiner Wie er mir einfach aus der Hand gerissen hat Ja ich bin kierig Wir verdienen einfach zu wenig Ich muss alles nehmen So da Hier und lang Oh es geht gleich los Balkon auf Auf der Brücke Ist das richtig gewesen? Hey der redet über mich Ja Wir reden alle über dich Ich weiß dass ich ein armer Soldat bin Ich verdiene doch hier nichts Oh da hat jemand wieder geputzt Ah ich block einfach scheiße Scheiße auf blocken Blocken mache ich nur bei den großen Ja schon geht es mir aber auch Jetzt wollte ich halt mal versuchen aber ne Außer ich Oh da ist wieder ein großer Oh der ist nicht zu groß Ne war auch schnell weg Insgesamt enttäuschend Hab ich noch Red Bull eigentlich? Oh erreiche den Thronseil Das hört sich an als wären wir bald da Mhm Na wir kommen gut voran Das stimmt ja Ah alter der hat jetzt gut einer eingeschenkt Was ist das denn? Was will er denn ne? Auf den Schnauze Verwüstete Kunst Die noch so wertvoll ist Ich weiß ja nicht Hä 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 Oder das in VR wäre aber auch heftig Wer schreit hier so laut durch Nacht und bei ihm das ist der Traut Ich glaube ich würde aber mit dem Spiel mein Zimmer zerlegen Egal wie weit ich irgendwo weg stehen würde Ja Bam oder wie Ja das ist aber viel Leben Das heißt es geht echt gleich los Ja Ich stricke Ich gönne mir nochmal eins Hab ich auch gemacht War nicht notwendig so richtig Aber ey Sicher Sicher Ja Haben sich die Bots auch aufgefüllt Die haben sich auch aufgefüllt Gute Nudeln Oh es wird auch immer ekliger Jo Geh bitte Schaut bei mir genau so aus Eeeh du nicht so Jetzt sei nicht so Man hört bei dir aber die fliegen gar nicht so wie das Mikrozottel Ja ich hab nein ich hab lautlose Fliegen Also die schlafen gerade Die schlafen gerade Boah der ist ja richtig größer worden ne? Äh ja Ist dies überhaupt derselbe? Nur Glock der ewige Der hört sich eklig an Die Hexernudel Oh Okay da kommt gar nicht runter Wir müssen den irgendwie müssen wir den töten jetzt Ah warte es kommt da Ah nein es kommt da Ah nein es kommt da Aua 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 Ding 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 Geschlecht weg Alter Ich will doch nicht meine Alter ich will doch nicht meine Bombe verbrauchen Boah Fuck Scheiße man muss raus aus dem Radius wenn er das macht Du musst auf den Boden gucken Ohhhhh Er kriegt viel mit gerade Da wo es leuchtet darfst du nicht stehen Hier Fuck Wollt gerade die Bombe rausholen Ich warte bis wir ihn auf die Hälfte runtergeprügelt haben Ohhhhh Ohhhhh Der kriegt mir gerade gut mit Oh der ist im Gegenteil überall sogar Okay der hat mir schon mehr Energie abgezogen wie ich ihm Ja das ist der Bereich Bursche Aaaaah Oh fuck Fuck wir sind die Bereiche im Bereich Ich habe es nicht mehr geschafft Ah ich schon noch Hier Aber jetzt 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 ist er wieder oben Okay passt Fuck Droppt hier keiner Munition oder so Ne Irgendwie nicht Oh Vorsicht Dann kommen wieder so frischer Das kann ich so lange meinen Trank jetzt haltet Aber ich ziehe jetzt durch Ah ich habe auch noch einen Trank Schau nur mal schnell Platz um ihn zu nutzen Schau nur mal schnell Platz um ihn zu nutzen Ist es vorbei mit dem Trank? Das kann ich gar nicht sagen Ah ist rum Ne er ist unten Oh Radius Oh fuck Oh fuck Alter ich komme immer nie raus hier Ist richtig schwierig da raus zu kommen Jetzt Jetzt glättest du gleich meine Bombe ein glaube ich Ja ich auch Ich halte mich nur schnell Ich auch Ah er ist noch rot Bombe Ah Äh zieht aber nicht viel Ne Nicht wirklich gell Ich warte bis er wieder in der Mitte steht und verwundbarer ist Wow Oh Ich guck jetzt Oh ich hab auch noch mal ne Ich hab noch ne Brandbombe Oh Radius Nein jetzt ist er weg Scheiße ich hab meine Bombe verschwendet Ich hab sogar noch eine Ja irgendwie kann man mehr haben und schauen Ja Ich hatte auch zweimal den Geschwindigkeitsdrang Oh er ist nicht über uns Alter Alter Hilfe ich fliege los nicht die Gegend Du musst blocken Habe ich auch aber der zieht gleich sehr viel ab Ah Lang macht er nicht mehr Gib dir noch mal die Bombe Äh weißt du warum der fliegen kann? Weil er die ganze Zeit pupst Ich sehs Oh ich sehs auch Wow Der schleudert einen komplett woanders hin Hahaha Ich hab ihn auch geflogen Sehr schön Alter ich bin grad hier von Gegner und Ring Was aber auf dem Boden auf Hier du Pisser So Die Gegner müssen wir auch mal ihn weg machen Ja kommt der Boden Oh Radius Oh grad noch raus Radius Er hat mich dafür erwischt Er hat mich dafür erwischt Okay jetzt wird es aber langsam kritisch hier Wir müssen es bald schaffen sonst haben wir ein Problem Ich hab was kein Leben mehr Nein 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 Wich danach Ich helfe Ich rück den Becken Ich rück den Becken Oh hat doch mich abgelehnt Oh 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 Ey das er noch am Schluss explodiert Oh man gehts weiter Das hätt jetzt nicht sein müssen gell Verlasse die Burg Was Ey ich hoffe es kommen keine Gegner mehr Oh was ist das Sacki was ist das Weiß ich nicht das sieht man dann am Schluss erst Weiß ich nicht das sieht man dann am Schluss erst Beute Würfel das hört sich gut an Oh 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 Glaubt wir müssen hier raus Oh es kann man auch noch Gegner Ich renne einfach ich renne Okay das geht nicht Ah zock ich jetzt hier wieder Leben Ja Oh Geht da zu Wer lacht denn da noch so unverschämt ich dachte der Hexer wäre tot Das ist der Hexer aber vielleicht lebt die Seele noch weiter Keine Ahnung Oh Arschloch Hexer Vielleicht ist er mit der Burg verbunden Er ist gleich mit meinem Schwert hier verbunden Ha der hat mich reingelegt Ja ich weiß er ist ein Arsch Bist du ein Arsch Der will mit dem Schatz abharnen So ein Arsch Aber wie geil das jetzt Kram gell Wie so ein Feiger der noch den Schatz abharnen Ah warte hier müssen wir nicht entlang glaub ich Hier müssen wir lang oder? Hier geht's raus Ja ja Oh es kommt immer noch Gegner Macht nichts Wir sind einfach unbesichtbar Das stimmt ja Wir haben sogar den Zauberer getotet Getotet oder ist der Asker Ja Ja geil Das ist sogar Tag Ja ich nehme mal noch mit Ja wollte ich auch machen Komm noch was Ne alles cool Raus hüu Los ich bin in der Blase Ja geil I'm coming Das ist Privatsache Das interessiert mich nicht Super wir haben es geschaut Wir sind die Besten Holler 3 hoch Cool Julio Das heißt wir haben den ersten Abschnitt geschafft Ja geil Der erste Endgegner War überhaupt nicht schwierig Am Ende bin ich trotzdem gelegen Aber ich wollte noch ein bisschen draufharnen Ich war dann einfach umsingelt Da kann man nichts machen Ne das stimmt Levelaufstieg habe ich auch erreicht Geilo eine Axt habe ich freigeschalten Super Oh ich habe Beruf Jäger freigeschaltet Ja kannst du gleich für uns Essen holen Ich bin Koch Ja geil Geiler Aufstieg Vom Krieger zum Koch Ich werde gleich mal schauen was ich so freigeschalten habe Ja ich auch Boah die Beutewürfel haben echt was gebracht Schauen wir mal Du hast die meisten getötet Ah du hast aber mehr Elite getötet Respekt Zugefügten Schaden habe ich auch mehr Und wiederbelebt habe ich auch einen Sehr gut Und Kopfschüsse hatte ich mehr Nein ich habe diesmal nicht viel ballert Ja aber wenn du mal geballert hast Dann hast du richtig durchgezogen Aber besser wie mein letzter Punkt bestand Wo ich gar nicht aufgetaucht bin Jawoll Schauen wir jetzt mal Ich will kurz reingucken noch Die Beute Kann man sich noch alles hier an Hier öffnen Ja mag ich auch Ja mag ich auch Ein Kreuz okay Das ist aber Der Ring des Knappen Oh ne Bündelmuskete Die sieht ja heiß aus Ne Armbrust Ah ich weiß nicht Da bin ich überhaupt nicht Fan von So Da siehst du dich nicht oder? Ja Guck mal hier Ah ich habe auch ne Kette bekommen Und n Hammer Oh neue Schwert Ey Illusion Plus 1 Ausdauer Okay Aber Kraft 42 Aber Kraft 42 Gleich mal ausrüsten hier Kraft 44 Ich habe zwar kein Schild mehr aber Oh die Musketen sind schwächer wie meine aktuelle Waffe Okay Muss ich gleich mal gucken Was heißt eigentlich Illusion Was heißt eigentlich Illusion Ja ja ne Illusion Weiß ich nicht Achso ist Deo Du weißt ja was ne Illusion ist Hält mir die Waffe nur ein oder was Ja du hast sie eigentlich gar nicht Du bist ja auch das ist alles die virtuelle Welt Das ist nur eine Illusion Boah ich habe Heldenkraft 105 jetzt Bis gleich auch Gott ist ein Grupp Ja dann würde ich sagen Welt am Abend Video oder Since you go Youtube Danke fürs Zuhören Mach's gut aus rein Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüssi